Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 23. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 317 und heute vertrete ich den Achim. Die Themen, die ich heute mit dabei habe, ist Apple TV mit Spielkonsolen, AirPod-Gerüchte, Sennheiser Ambeo, 5G und Swisscom, Samsung, Edge und Twitter. Beginnen wir gleich mit Gerüchten rund um die Apple TV. Da ist im letzten Dezember bei Patently Apple was aufgetaucht. Einen kleinen Eintrag, bei dem man die Apple TV um die Kategorie der Spielekonsolen erweitert. Also um die Möglichkeit der Verwendung von Spielen auszugeben auf externen Monitoren. Das befeuert natürlich die Gerüchte, dass neben dem 4K-Streaming-Dienst und den neuen Filmen und Serien, die so kommen möchten von Apple, bald auch vielleicht die Apple TV als Spielekonsole sein Leben daher fristet. Wir werden es sehen. Es geht weiter mit Gerüchten. Im Herbst dieses Jahres sollen ja neue AirPod-Modelle auf den Markt kommen. Im letzten Jahr gab es ja ein kleines Update, was noch nicht ausgespielt wurde, mit den Induktionsladeboxen, die die Apple damit zusätzlich verkauft. Und ab Herbst dieses Jahres sollen die neuen Modelle auf Hey Siri hören. Ebenso arbeitet Apple anscheinend am Wasserschutz. Gerüchte über Gerüchte. Aber hier in der Daily geht das ja mal. Das Sennheiser Ambeo Lightning Headset, was 3D-Mikrofone integriert hat, also Mikrofone in verschiedene Richtungen, das habe ich ja schon im letzten halben Jahr intensiv testen dürfen und da gibt es auf dem Pogipsi.ch Blog auch einen Testbericht dazu. Das gibt es jetzt neu auch in schwarz zu kaufen. Schaut schick aus, muss ich mir mal anschauen. Meines ist in weiss und das ist auch gut so. Die Swisscom hat jetzt hier in der Schweiz ein bisschen vorwärts gemacht. Eigentlich, oder ja, grundsätzlich wird 5G, der neue Mobilfunkstandard, erst ab 2020 global ausgerollt in der ganzen Schweiz. Ja, nachdem man seit 2016 die neuen Mobilantennen testet, und zwar intensiv testet bei der Swisscom und in der Technik einiges vorwärts geht, heisst ab nächsten Jahres kommen schon die ersten Geräte auf den Markt, die das Ganze unterstützen, ist es jetzt so, dass die Swisscom begonnen hat, zumindest in Bern, die ersten Antennen aufzustellen, um Tests damit zu machen und bessere Tests, grössere, flächendeckendere Tests damit zu machen. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon darauf, denn zwischen 10 und 20 Gigabyte pro Sekunde kann man darüber übertragen. Und zwar eben nicht nur Geräte und ja, eben auch im Bereich des Smart Home oder nicht Smart Home, des Smart Living etc. wird sich da einiges tun in dem Bereich. Auch stromtechnisch wird da weniger drüber gehen. Ich freue mich drauf. Bei Samsung. Der Achim hat es letzte Woche, glaube ich, angekündigt, oder vorletzte Woche. Samsung hat ja Android 8.0 ausgeliefert für neue Geräte oder für die aktuellen Geräte und das dann leider stoppen müssen, weil das Ding nicht funktioniert hat, respektive zu diversen Abstürzen geführt hat. Nun ist es anscheinend wieder soweit, dass Samsung weiter ausrollt. Es darf die Hoffnung bestehen bleiben, dass es diesmal sauberer abläuft und vor allem, dass man ziemlich alle Nutzer das Update auch schnell bekommen. Microsoft hat ein Edge-Update veröffentlicht. Edge ist ja ihr Browser, den sie auch für Android und iOS rausgeschmissen haben. Die neue Funktion darin ist 3D-Touch. Besonders praktisch, wenn ihr eine Seite ansurft, nur kurz mal reinschauen möchtet, um was es da in etwa geht, ohne die Seite komplett zu laden. Einfach draufdrücken und dann öffnet sich das, wie man es von Apple Mail etc. iMessage her kennt. Sehr, sehr praktisch. Bei Twitter hat man begonnen, mit Tausenden von verdächtigen Konten zu sperren. Verdächtig im Sinn von wegen Verdacht auf Social Bots, die ja unter anderem auch im Bereich der Politik sehr in Verruf geraten sind, hat Twitter da reagiert und eben wie gesagt, massenweise Accounts gesperrt und die Besitzer dazu aufgefordert, ihre Telefonnummern zu hinterlegen, um die Konten zu verifizieren. Gleichzeitig wurde auch die Nutzungsrichtlinien geändert. Heißt, Twitter verbietet es in Zukunft, dass man gleich lautende Tweets über mehrere Accounts verschickt, den gleichen Hashtag mehrfach verwendet, um etwas Trending zu machen etc. und solche Geschichten. Grundsätzlich sicherlich kein falscher Weg. Bin mal gespannt, wenn die ersten Konten hier in unserer Umgebung gesperrt werden. Ja, das war's wieder. Ich gehe zurück ins Bett und wünsche euch einen wunderschönen Start in den neuen Tag. Wenn alles klappt, bin ab nächster Woche ich wieder für euch da. Der Achim und ich grüssen euch ganz herzlich, liebe Hörer. Bis bald. Tschüss, euer Pokipsi. Hört mehr Geek Talk.